Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Jan von der Contra und ich erkläre dir heute, was die Contra eigentlich ist und was auf der Contra 2017 alles passiert, warum du unbedingt dabei sein solltest und warum das die geilste Veranstaltung im Online-Marketing ist, die wir einfach in Deutschland haben. Viel Spaß dabei! Die Contra ist das Event für Online-Marketing im deutschsprachigen Raum und hier geht wirklich in zwei vollgepackten Tagen um Conversion und Traffic, sprich wie du mehr Umsatz für dein Unternehmen generieren kannst. Es wird dieses Jahr auch wieder wahnsinnig interessant. Es ist mittlerweile die fünfte Auflage der Contra, das fünfte Jahr. Alle bisher ausverkaufen und die Contra wächst und wird größer. Sprich, du solltest wahrscheinlich wirklich dabei sein, wenn du in dem Bereich tätig bist. Ich möchte dir jetzt erstmal erzählen, was die Contra generell ein bisschen ist, was auf der Contra alles passiert und dann, was dich dieses Jahr besonders erwartet. Auf der Contra treffen an zwei Tagen die besten Speaker und Experten in der Online-Marketing-Branche und Vertreter aus großen Unternehmen, die sich mit dem Thema Online-Marketing auseinandersetzen, zusammen und teilen die ihre Strategien und Tipps mit. Und natürlich geht es um die neuesten News und was du im Online-Marketing machen kannst, um mehr Umsatz zu generieren. Zu zwei vollgepackten Tagen mit tollen und richtig interessanten Vorträgen kommt dieses Jahr noch ein Panel, sprich eine Podiumsdiskussion zum Thema Influencer, sprich Social Media und noch eine weitere Diskussion zum Thema PPC-Marketing, sprich wie kriegst du Besucher auf deine Website. Google AdWords möchte hier vielleicht ein Begriff sein. Außerdem haben wir dieses Jahr noch eine Networking-Party, sprich wo man wirklich mal mit den Online-Marketern in Kontakt kommt. Leute für sein Unternehmen rekrutieren und finden kann oder sich wirklich bei einem schönen Kölsch oder einem Alt, wir sind ja in Düsseldorf, über die neuesten Tipps und Trends und Taktiken im Online-Marketing austauschen kann. Außerdem haben wir ein Speed-Networking organisiert. Speed-Dating kann ja vielleicht ein Begriff sein, da geht man von Tisch zu Tisch und spricht kurz mit dem potenziellen Partner und guckt, ob man sich mag. Beim Speed-Networking ist das gleiche Prinzip, man rotiert von Tisch zu Tisch und lernt so neue Kontakte im Online-Marketing-Bereich kennen und kann so wahrscheinlich wertvolle Erfahrungen mitnehmen oder auch vielleicht mal ein bisschen einen Kontakt knüpfen, mit dem man sich danach nochmal zusammensetzt, um was Großes zu schaffen. Dieses Jahr ist die Contra am 8. und 9. Juni in Düsseldorf. Du kannst allerdings auch per Stream dabei sein, ist auch eine wundervolle Variante. Allerdings muss man sagen, vor Ort hat man die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, sich mit den Referenten auseinanderzusetzen, die live zu erleben und vielleicht auch mal eine persönliche Frage zu stellen und die Jungs und Damen natürlich kennenzulernen. Auch dieses Jahr haben wir wieder die Top-Speaker für dich eingeladen, um dir wirklich den besten Content auf der Messe zu liefern. Wir hätten da unter anderem Pascal Fey, der mit seinem Mehrgeschäft-YouTube-Account und mit seiner großen Erfahrung im Online-Marketing wirklich die Massen verzückt. Wir haben Calvin Hollywood aus der Fotografiebranche, der wirklich mit Social Media sich auskennt wie kein zweiter. Dirk Reuter ist wieder am Start, vielleicht die Vertriebsoffensive von ihm kennt ihr ja auch. Ist ein Top-Mann, wenn es darum geht zu verkaufen. Sei Chiripur, einer der jüngsten Online-Marketer, die gerade wirklich am Aufstreben sind. Hat letztens sein Business nach Dubai verlegt, ist wahrscheinlich auch Top, Top, Top-Mann. Super Erfahrung und Taktiken wird ihr euch mitbringen. Und als letzten, ihr kennt ihn von dem Buch Reicher als die Geissens. Alex Düsseldorf-Fischer ist natürlich auch am Start und erzählt aus seiner Immobilienbranche und wie die digitalisiert wird. Eben sprach ich ja schon mal vom Influencer-Panel, sprich der Podiumsdiskussion rund um das Thema Social-Media-Stars. Und wir haben dann auch die Creme de la Creme der deutschen Social-Media-Stars eingeladen. Unter anderem könnt ihr bei uns auf der Bühne bewundern Dagi Bee, die auch schon seit Jahren eine Größe ist. Weit über Millionen Abonnenten bei YouTube und bei Instagram. Novalana Love, hier auch aus dem Kölner Raum, auch eine Top-Influencerin. Und als dritte haben wir da Miss Bella. Ich glaube, das wird auch richtig heiß und das sollst du dir auch nicht entgehen lassen, wenn du im Social-Media-Bereich tätig bist oder wenn du einfach ein bisschen mehr über Influencer-Marketing erfahren möchtest. Außerdem haben wir wieder spannende Referenten aus wirklich coolen Unternehmen da. Wir haben jemanden von Google, von Sing oder auch von 1&1. Also hier nochmal der Aufruf, komm zu Contra, dem Event für Verkaufstagding im Internet am 8. und 9. Juni in Düsseldorf oder im Stream, falls du nicht persönlich da sein kannst. Und besuche natürlich auch unsere Website unter www.diecontra.de. Ich werde das dir natürlich nochmal einblenden. Wenn du Fragen hast, zögere gar nicht, schreib sie einfach in die Kommentare. Oder auf unserer Website gibt es auch eine Hilfe-Section. Da sollten aber auch fast alle Infos sein. Ja und dann viel Spaß und wir freuen uns auf dich. Danke. Vielen Dank.